Guten Morgen, liebe Freunde des Leihpads. Ich werde euch heute in diesem Video erklären, was das Leihpad unserer Schule eigentlich ist, was es kann, wie man damit umgeht und auch eigentlich alles andere. Das Video wird dementsprechend lange. Überlegt euch also, ob ihr das Video am Stück schauen wollt oder nur die Teile anseht, die euch auch interessieren. Ja, ich mache dieses Video jetzt schon zum zweiten Mal, denn in meinem ersten Durchlauf hatte ich das Ganze mit der internen Kamera gefilmt, also eine Bildschirmaufnahme gemacht. Allerdings hat der Speicher des Gerätes nicht gereicht, denn euer Leihpad kommt nur mit 32 GB und naja, da kann man nicht wirklich lange aufnehmen. Von daher mache ich das jetzt zum zweiten Mal und diesmal filme ich einfach, wie ich damit arbeite. Das ist sowieso besser. Das habe ich während des ersten Videos gemerkt. Dann seht ihr nämlich direkt, wo ich draufklicke und müsst nicht darauf achten, ob jetzt irgendein Button verfärbt oder eben dunkel wird, um das zu erkennen. Ja, wir können dann jetzt mal direkt anfangen und es geht damit los, sich erst mal anzuschauen, was wir überhaupt haben. Also, was ich hier auf dem Tisch nicht habe, sind natürlich noch drei Utensilien, die habt ihr hoffentlich dabei. Das ist nämlich als erstes der Stecker. Das heißt, ihr habt diesen dicken Stecker dazu bekommen, so ein 20 Watt Ladeteil, um das Tablet gut zu laden. Ihr habt ein Ladekabel bekommen und natürlich so einen niedlichen kleinen Stift, mit dem ihr auch wunderbar darauf schreiben könnt. Nein, also der Stift, der sieht ja aus, wie so ein Wachsmalstift. Und naja, der ist eher dazu da, dass man mal so zwischen den Apps hin und her wischen kann. Aber zum Schreiben ist er natürlich nicht geeignet. Außerdem habt ihr noch etwas bekommen, kein richtiges Zubehör, aber eine Schutzfolie. Und diese Schutzfolie solltet ihr tatsächlich auf das Gerät draufkleben. Dazu müsst ihr es aus seinem Bumper holen. Der Bumper ist dieses, ja, Kids-Cover, also diese fragwürdig hübsche Hülle, die aber einen sehr sinnvollen Effekt hat, denn die schützt euer Tablet wirklich gut. Ich hole es jetzt mal eben raus, um euch zu zeigen, wie ihr es danach wieder reinbekommt, denn ihr müsst das Tablet einmal raus holen, um die Schutzfolie aufzubringen. Die gefährliche, beziehungsweise, ja, interessante Stelle des Bumpers ist hier. Da ist nämlich eine große Öffnung und da muss man aufpassen, dass diese Ecke nicht abbricht. Von daher packen wir es dort immer als erstes rein und holen es dort auch als letztes raus. Das heißt, ich beginne jetzt genau gegenüber, das heißt in der Ecke, und biege einfach vorsichtig das Gummi nach hinten. Das mache ich mit der nächsten Ecke und jetzt kann ich das Tablet eigentlich schon rausholen. Auf dem Tablet steht auf der Rückseite nochmal die Seriennummer, die Koffernummer und die MAC-Adresse. Außerdem könntet ihr hier nochmal Stammgruppe und Name eintragen, aber das ist natürlich auch im Gerät gespeichert. Außerdem findet ihr von Apple dieselben Daten, also Seriennummer, was ich gerade meinte, noch einmal ganz klein hier unten, aber da man das nicht wirklich lesen kann, ist es vergrößert am oberen Rand des Tablets. So, jetzt füge ich es wieder ein und nachdem ich das mit ungefähr 200 Tablets gemacht habe, sollte das nicht so schwierig sein. Ich beginne also an der Stelle, die ein bisschen schwierig ist oder auch leicht brechen könnte, hier oben mit der Öffnung. Da geht also die erste Ecke rein. Übrigens auch wichtig, denn wir wollen diese Knöpfe nicht verletzen, daher wirklich mit dieser Ecke anfangen und die vorsichtig reinschieben. Dabei kann ich hier oben gleich die zweite Ecke einführen und ich schiebe es ruhig noch ein bisschen tiefer, dass das Tablet richtig in dieser Kante drin sitzt. Dann gehe ich weiter und mache die nächste Ecke, das ist die hier, indem ich sie ein bisschen nach hinten wiege und das Tablet einfüge, dann hier den Rand hoch schiebe. Ich meine, dann bleibt nur noch eine Ecke übrig, also Ecke leicht nach hinten rein, sitzt. Ja, gut, habt ihr vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung, aber das klappt schon. Ja, was fällt uns noch am Bumper auf? Einmal habt ihr vielleicht schon gesehen, die Koffernummer steht einmal hier unten, das ist also Koffer 17 Tablet 2, falls man sie mal wieder zuordnen muss. Und das Ganze steht auch noch einmal hier drin. So, damit das Wichtigste von außen hätten wir geschafft. Spannend ist ja noch, was hat das Tablet denn eigentlich für Anschlüsse? Da hätten wir auf der Oberseite hier zunächst den Audioausgang, da könnt ihr also Kopfhörer anschließen. Wir haben hier in der Mitte das Mikrofon, da könnt, also das solltet ihr einfach freilassen, damit ihr auch Ton aufnehmen könnt. Wir haben hier den Anschalter, wir haben die lauter-leiser-Taste und auf der Unterseite den Anschluss für das Lightning-Kabel, also um es zu laden oder um Daten zu übertragen. Jetzt wollen wir das Tablet endlich anschalten und dazu drücken wir ungefähr drei Sekunden auf den Anschalter. Es muss tatsächlich nicht länger sein als drei Sekunden, auch wenn da noch nicht das Apple-Logo erscheint. Es kommt dann kurze Zeit später. Wir schauen mal, ob ich damit recht habe. Ich drücke jetzt und eins, zwei, drei. Das sollte eigentlich schon reichen. Und ich sehe aber noch nichts. War vielleicht doch ein bisschen zu kurz. Gleich noch mal. So, loslassen. Und da kommt es auch schon. Also lieber kürzer als zu lang. Es schadet ja nicht, wenn man noch mal drauf drücken muss. Ja, das Apple-Logo lädt ein bisschen. Und falls es gleich Hilfestellung an der Stelle, wenn das nicht funktionieren sollte, dann müsst ihr das Gerät einfach einmal laden. Also ruhig auch über Nacht an die Steckdose stecken, dass das sich wirklich wieder vollladen kann. Und dann sollte das Ganze eigentlich kein Problem sein. Ja. Gut, aber dieses Tablet geht jetzt. Ich muss als nächstes die Klasse auswählen. Und hier sind alle Klassen der Schule eingefügt. Übrigens noch interessanter Fakt hier unten. Hier steht auch immer, von wem das Ganze ist. Hier könnt ihr vielleicht lesen. Ich hoffe, das ist auf der Kamera erkennbar. Besser drei Stunden zu früh als eine Minute zu spät. Darunter steht die Seriennummer, die Koffernummer, Koffer 17 Nummer 2 und noch der Name von Bubi Beispiel, weil das gerade das Tablet von Bubi Beispiel ist. So, ich will jetzt mal Bubis Klasse aus. Das muss uns aber nicht interessieren, wo der herkommt. So. Und dann wird gesagt, ich drehe das gleich mal so, dass ihr das besser sehen könnt. Ich lasse es jetzt auch so. Dazu ist übrigens dieser Bumper gar nicht schlecht. Man kann es sich schön so im, ich schätze mal, 20 Grad Winkel hinstellen und dann eigentlich prima arbeiten. So, wir sollen jetzt unseren Code eingeben. Den habe ich für Bubi gesetzt auf eins, zwei, drei, vier. Und jetzt lädt dieses Tablet zum ersten Mal. Wir sehen das also in echter Geschwindigkeit, damit ihr auch bei euch wüsst, geht mein Tablet jetzt zu schnell, zu langsam, gar nicht. Ja, also ihr seht schon, das braucht natürlich ein bisschen. Das ist die erste Konfiguration. Es lädt jetzt also die Daten runter. Allerdings sollte das nicht so lange dauern, denn so viele existieren noch gar nicht. So, jetzt werden wir gleich die Grundeinstellung von Apple gefragt, aber vorher, hier muss ich jetzt nochmal drehen, soll ich ein neues Passwort eingeben? Aufpassen jetzt. Als erstes gibt das temporäre Passwort ein, das du von deinem Kursleiter oder Administrator erhalten hast. Erst einmal muss ich noch das alte eingeben. Das war ja gerade eins, zwei, drei, vier. Erstelle jetzt ein neues Passwort, das sich von dem gerade eingegebenen Passwort unterscheidet. Da nehme ich jetzt mal zwei, drei, vier, fünf und nochmal zwei, drei, vier, fünf. Ach, extra jetzt für das Video. Das werde ich also danach wieder ändern müssen. Naja. So, jetzt lädt es ein bisschen. Interessanterweise auch nur im Hochformat. Ja, das hat er ja gerade nicht drehen wollen. Er ändert jetzt das Passwort und sollte uns dann gleich auf den Startbildschirm weiterleiten. Ja, da sind wir auch schon auf dem Startbildschirm und jetzt ist das Tablet einsatzbereit. Ich drehe es jetzt wieder so, da ich meiner Meinung nach so besser damit arbeiten kann. Und bevor wir uns jetzt die ganzen bunten Bildchen ansehen, schauen wir doch erst einmal, was das Tablet eigentlich kann. Also, dazu beginne ich noch mal mit dem An-Aus-Schalter. Ich klicke hier auf Aus und da kommt auch so ein schönes Koffergeräusch. Hallo. Und dann wieder auf An. Und jetzt bin ich im Standby oder im Pausenmodus, wie man das nennen möchte. Hier sehe ich also einmal ja, jedenfalls so lange, wie das dann lädt. Hier sehe ich einmal, dass das Tablet gesperrt ist. Es ist aber nur zwischenzeitlich gesperrt. Ich komme einfach wieder rein, wenn ich gleich auf die Home-Taste klicke. Wenn man so ein Tablet findet, kann man dann hier unten dran erkennen, wem es gehört und es der Person wieder zurückgeben. Home-Taste und ich bin wieder auf meinem Startbildschirm. Wenn ich mit dem Finger von der oberen rechten Ecke nach unten ziehe, dann komme ich in das, ich nenne es jetzt mal Menü. Apple hat ja immer so eigene Namen, aber die kann sich sowieso keiner merken. Wir probieren die Tasten doch einfach mal durch. Oben rechts die Play-Taste, die bewirkt nichts. Damit kann ich nämlich meine Musikwiedergabe starten oder anhalten, was auch immer. Aber bei mir läuft ja gerade gar nichts auf dem Tablet, deswegen funktioniert das nicht. Ja, daneben habe ich die Taste mit den vielen Kreisen, die ich gerade blau gemacht habe. Das ist Airdrop. Damit kann ich Daten an andere Apple-Geräte in der Nähe schicken. Aber nur, wenn ich es aktiviert habe. Jetzt habe ich es aktiviert und könnte meinem Lehrer zum Beispiel das Arbeitsblatt schicken, das ich gerade ausgefüllt habe. Daneben haben wir den Flugzeugmodus. Ja, zu dem gibt es auch nicht so dramatisch viel zu erklären. Flieg, flieg. Nein, also, das bedeutet, ihr habt schon gesehen, das WLAN hat sich ausgeschaltet. Dabei wird einfach keine Verbindung von außen mehr zugelassen. Wenn ich den Flugzeugmodus ausmache, geht das WLAN gleich wieder zurück. Damit habe ich es schon erklärt. Die Taste ist WLAN und die Taste ist Bluetooth. WLAN ist klar, damit bekomme ich Internet und Bluetooth brauche ich zum Beispiel für nahe Geräte. Da könnte ich einen, könnte ich Kopfhörer anschließen, einen Stift oder eben ein anderes Gerät. Ich mache beides mal wieder an. Unten drunter haben wir den Mond. Da steht auch schon nicht stören, dann bekomme ich keine weiteren Nachrichten. Und hier haben wir die Ausrichtungssperre. Jetzt bleibt das Tablet so ausgerichtet, auch wenn ich es irgendwie drehe. Ja, zum Beispiel so hochkant. Dreht sich nicht. Wenn ich dagegen die Ausrichtungssperre, na, Vorführeffekt, genau. Wenn ich die Ausrichtungssperre ausmache, dann dreht sich das Tablet immer entsprechend, wie ich es halte. Hier haben wir als nächstes die Bildschirmsynchronisation. Da kann ich mich mit einem Fernseher oder eben einem anderen Bildschirm verbinden. Die müssen natürlich in der Nähe sein. Bei mir gibt es hier keinen. Dann kann ich den einfach auswählen, muss als nächstes das Passwort in meinem Tablet eingeben, das auf dem Fernseher erscheint. Und schon kann ich auf dem Fernseher präsentieren. Einfach, aber praktisch. Diese beiden Schieberegler sind die Lautstärke und die Helligkeit. Also man sieht auch, die Helligkeit ist echt nicht schlecht bei den Geräten. So sieht man mich durch das Gerät durch. So sieht man jetzt wirklich nur noch das Gerät, weil es so hell leuchtet. Und jetzt haben wir hier unten noch die Stummschaltung. Damit hören wir also auch keine Tastengeräusche oder sonstiges. Und das hier beides sind App-Abkürzungen. Mit diesem Zeichen kommen wir ganz schnell zu dem Notizblock. Hiermit können wir Fotos machen. Und hier können wir eine Bildschirmaufnahme starten. Wichtig ist da, wenn ihr den Bildschirm aufnehmen wollt, haltet das Zeichen gedrückt. Und Mikrofon müsst ihr hier extra auf anstellen. Nicht wundern, sonst macht ihr ein Video und man hört gar nichts. Ich könnte jetzt die Aufnahme starten. Und wir erkennen das gleich hier oben. Da ist das Aufnahmezeichen. Diese Aktion, dass ich gerade die Bildschirme, diese Sachen hin und her geschoben habe, die wurde jetzt gespeichert. So, Bildschirmaufnahme stoppen. Ja, ich möchte sie stoppen. Und da wurde sie gleich in Fotos gesichert. Dazu komme ich aber später, wenn ich die ganzen Apps durchgehe. Was kann ich noch machen? Ich kann am Bildschirmrand Mitte von oben nach unten ziehen. Na, will er nicht? Will er nicht. Doch, jetzt will er. Dann kommen wir in den Sperrbildschirm mit den aktuellen Infos. Also, dass die Bildschirmaufnahme gerade gesichert wurde und dass wir nicht stören aktiviert haben. Alles klar. Ich kann den Bildschirm auch noch von links nach rechts ziehen. Da komme ich zu meinen Widgets. Die kann ich aber gerade nicht bearbeiten. Ich weiß auch nicht, warum. Widgets sind eigentlich wie diese kleinen App-Programme Vorschaubilder, mit denen ich aber vielleicht schon etwas mehr sehen kann. Ich könnte die also in groß anzeigen und zum Beispiel sehen, was sind meine ersten drei Erinnerungen. Gut, das wäre aber nicht. Normalerweise könnte ich jetzt auch noch nach rechts scrollen und komme dann auf die nächste Seite Apps. Aber da das hier alle Apps sind, die aktuell installiert sind, ist das nicht möglich. Ja, wunderbar. Damit haben wir die allgemeine Einführung für das Tablet geschafft. Ich bin aber noch nicht fertig, denn jetzt gehen wir ernsthaft alle Apps durch. Keine Sorge, es wird bei jeder App ein bisschen schneller. Das heißt, ich werde jetzt erst über die App Einstellungen reden. Das wird eine Weile dauern. Dann über die wichtigsten Apps. Das sind natürlich die, die hier unten im Dock sind. Das Dock ist angedockt. Das ist also immer fest hier unten. Oder wenn ich es drehe, dann ist es halt an der Seite unten. Und dort finde ich alles Wichtige, was ich also auf jeden Fall in der Schule brauchen werde. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal einfach an mit dem Spaß. Noch ein kleiner Schluck zur Stärkung. Und damit gehen wir in die Einstellungen. In den Einstellungen sehen wir hier links eine Leiste. Da können wir lang scrollen mit den ganzen Apps und Funktionen. Wir beginnen ganz oben und klicken auf uns selbst. Afrika 3, Schüler 3. Da passiert nichts, denn das iPad wird verwaltet. Das bedeutet, allgemeine Einstellungen, wie euch umzubenennen, könnt ihr nicht machen. Das können nur die Schuladministratoren. Der erste Punkt ist das WLAN. Das WLAN kann ich hier auch nochmal an- und ausschalten. Das haben wir eben schon gemacht. Und ich kann sehen, welche WLAN-Adressen, also welche Router gibt es in der Nähe. Wir sind aktuell mit einer Fritzbox verbunden und sehen, es gibt hier auch noch andere, zum Beispiel Oompa Loompa. Könnte ich jetzt anklicken, wenn ich dann das WLAN-Passwort weiß, das Ganze eingeben und schon habe ich Internet. Ja, ganz einfach. Solltet ihr dann so zu Hause machen, in der Schule verbindet sich das Tablet ganz alleine mit dem WLAN neue EGS. Als zweites haben wir Bluetooth. Ja, das ist nicht sonderlich spannend. Ihr seht, er sucht gerade nach Geräten. Ich habe aber keine Geräte angeschaltet, von daher, also ich habe keine Kopfhörer oder so hier liegen. Nützt uns das nicht viel. Ich kann es auch hier ausschalten, genauso wie das WLAN. Kann ich aber auch wieder anlassen. Noch nichts spannendes bis hier. Als nächstes haben wir die Classroom-App. Mit der könnt ihr aber auch nichts machen. Die können nur die Lehrer einsetzen. Ihr könnt nur überprüfen, ob das soweit stimmt. Hier sehen wir zum Beispiel, Bubi Beispiel geht in die Klasse Afrika 3. Das stimmt. Also an dieser Stelle ist einfach alles in Ordnung. Jetzt kommen wir zu den Einstellungen. Da könnt ihr überprüfen, ob die so sind, wie ihr das möchtet. Einige könnt ihr natürlich nicht ändern und dazu gehören die Infos. Hier sehen wir zum Beispiel, was das Ganze für ein Tablet ist. Für euch vielleicht spannend, die Software-Version 14.2 und der Modellname. Das ist ein iPad der siebten Generation. Das ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel Zubehör kauft, also einen Stift, dann müsst ihr nicht extra den teuren Apple Pen für 135 Euro oder sowas kaufen, sondern es reicht auch schon einer für 25 Euro, zum Beispiel von Amazon, der iPads ab der siebten Generation unterstützt. Und diese Geräte gibt es und dazu werde ich aber noch ein eigenes Video machen, welcher vielleicht da sehr empfehlenswert ist. Ja, sonst sehen wir, was wir schon gemacht haben. Wir haben bisher null Fotos und ein Video. Das haben wir ja gerade zusammen aufgenommen. 29 Apps und wir haben noch 12,46 Gigabyte verfügbar. Der Rest ist eben schon für die Apps bzw. einfach für das echt große Betriebssystem draufgegangen. Da kann man leider nichts machen. Da müsst ihr also sparsam sein und es empfiehlt sich schon mal darüber nachzudenken, ob man sich vielleicht nicht einen Stick besorgen sollte. Es gibt extra solche, die kann man mit USB an den Windows-Rechner machen und mit Lightning-Port an ein Tablet. Könnte man dann hier drunter klemmen und dort seine Videos und Fotos speichern. Oder noch besser, ihr macht Videos und Fotos mit eurem privaten Gerät, also zum Beispiel eurem Handy und nehmt das Tablet eben zu 90% dann für die Schulsachen. So, soviel zu allgemein. War da noch was Spannendes? Eine Sache wollte ich da doch noch sagen. Airdrop, klar, das haben wir eben schon angeguckt. Kann ich hier an und ausstellen. Die Uhrzeit ist vielleicht ganz interessant. Die ist nämlich gerne mal bei den Geräten verstellt, wenn man die neu bekommt. Dazu geht ihr hier auf Datum und Uhrzeit und bei automatisch einstellen. Das ist normalerweise so, automatisch einstellen. Und dann ist das aber nicht unbedingt richtig, weil das Tablet nicht ganz versteht, wo es überhaupt ist. Macht das also aus, sagt als Zeitzone Berlin und dann ist alles in Ordnung. Also jedenfalls, wenn ihr mit eurem Tablet in der Zeitzone Berlin seid. Und das solltet ihr in Deutschland im Allgemeinen sein. So, sonst, man kann natürlich jetzt noch bei Schriften gucken, Tastatur. Aber ich denke mal, das ist nicht weiter spannend. Wenn ihr die Sprache verstellt haben solltet, findet ihr die hier. Sonst lasst ihr das natürlich in der Regel bei Deutsch. So, wir kommen zur Anzeige und Helligkeit. Das ist vielleicht ganz interessant. Wenn man das iPad ein bisschen cooler aussehen lassen möchte, stellt man das natürlich auf dunkel. Spannend ist auch der Punkt automatisch. Den nutze ich zum Beispiel. Das heißt, bis zum Sonnenaufgang bleibt das iPad dunkel und ist dann eben tagsüber hell. Hier könnt ihr die Helligkeit nochmal anpassen. Könnt ihr aber eben auch im Schnellbefehl machen, wenn ihr hier oben rechts runterzieht, habe ich ja schon erklärt. Dann gibt es Nightshift. Nightshift ist eine Funktion, die, ich mach das mal an, von 22 Uhr bis 7 ist das jetzt. Dann sind die Farben, Apple spricht davon, dass die Farben etwas wärmer sind. Ja, also es ist dann so, dass es nicht mehr so anstrengend am Abend für die Augen ist. Das ist mein Eindruck. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Als letztes könnt ihr noch die Textgröße und Textdicke einstellen. Ihr achtet hier mal links auf den Rand. Ich könnte das also sehr klein machen oder auch wirklich gigantisch. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es war. Ich glaube genau in der Mitte. Ihr könnt den Text auch fett machen, aber dafür gibt es eben eigentlich keinen Grund. Ist aber eine nette Sache, wenn man vielleicht beeinträchtigt ist im Sehen, dann kann man das ja durchaus nutzen. So, ich denke, wir waren gerade bei Anzeige. Genau, dann sind wir jetzt bei Home-Bildschirm. Hier gibt es die Möglichkeit, die Apps größer anzuzeigen. Nochmal zum Vergleich. So sieht das aktuell aus und so sieht das in groß aus. Ja, vielleicht ein bisschen wie ein Kindertablet. Außerdem passen sie jetzt gar nicht mehr auf eine Seite, sondern braucht zwei. Andererseits ist das nicht schlecht, denn man kommt vielleicht schneller drauf, sieht das ein bisschen schöner und wir werden letztendlich wahrscheinlich nur 20 Apps an der Schule haben. Also diese Übersicht ist gar nicht mal so unpraktisch. Ich stelle es jetzt trotzdem wieder zurück, weil es dann doch ein bisschen erwachsener aussieht. Multitasking, da kann man einstellen, dass man Apps auch nebeneinander verwenden möchte. Das ist nicht schlecht. Vorgeschlagene und letzte Apps im Dock anzeigen. Das empfehle ich auszustellen. Wie das aussieht, ich mache... Da muss ich doch schon mal eine App aufmachen. Ich mache mal die Fotos-App auf. Jetzt sagt ihr mir, dass ich hier zoomen kann. Ich kann Untertitel zu Fotos hinzufügen. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Ich hoffe, wir denken nachher dran, das mal zu machen. So, jetzt habe ich die App aufgehabt. Ich schließe direkt wieder. Und jetzt sehen wir hier, dass ich sie zuletzt geöffnet hatte. Sowie dann noch bis zu zwei weitere. Also die drei letzten Apps stehen hier unten. Ja, also ich mag es gar nicht. Dann ist es einfach irgendwie so hin und her. Wo muss ich jetzt draufklicken? So viele Bildchen. Das ist mir einfach zu viel. Von daher, ich persönlich würde empfehlen, das auszumachen. Und dann hat man im Dock einfach nur das, was auch ins Dock gehört. Nämlich die wichtigen Apps. Ja. Aber das ist sicherlich Geschmackssache. So, die Bedienhilfen sind auch dafür da, wenn man bestimmte Unterstützung braucht. Zum Beispiel, ja, man kann sich vorlesen lassen mit Voice-Over, was man dort eigentlich gerade sieht. Man kann eine Bildschirmlupe nutzen. Hier kann man auch nochmal die Tastaturen genauer einstellen und so weiter. Aber nichts, das man jetzt bräuchte im Allgemeinen. Ja, damit müssen sich einige Leute sicherlich beschäftigen, die das betrifft. Aber, also dann wisst ihr schon mal, wo das Ganze steht. Nämlich bei Bedienungshilfen. Wir kommen zu den Tönen. Laute Töne reduzieren. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber wer gerne laute Musik hört, will das vielleicht gar nicht unbedingt machen. Wir können die Lautstärke allgemein einstellen. Und die beiden hier sind, denke ich, spannend. Gerade für den Unterricht. Die Tastaturanschläge können wir ausstellen. Und auch den Ton beim Sperren. Also damit ist das hier gemeint. Diese Tür. Jetzt habe ich es gar nicht gehört. Habe ich es schon ausgemacht. Achso, ich weiß, warum ich es nicht gehört habe. Wir haben ja die Töne bereits ausgestellt. Ich mache mal ruhig sogar alles an, damit wir es sicher hören können. Jetzt sperre ich das und ihr hört dieses lustige Geräusch. Ja, wie so eine kleine Tür. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich nervig sein. Genauso die Tastatur. Da wüsst ihr alle, wie das klingt. Dieses leichte Ploppen empfehle ich beides auszustellen. Ja, eben gerade mit Blick auf den Unterricht. Dann können wir Siri einstellen. Wichtig ist, dass auf Siri achten ausgestellt ist. Einfach damit man im Unterricht nicht Hey Siri sagt und auf 15 Plätzen antworten auf einmal die Tablets. Das wäre eher nervig. Dagegen für Siri Home-Taste drücken. Meines Wissens muss man die dann ein paar Sekunden drücken. So, ich möchte Siri. Ja, Siri muss man dann daran denken. Wenn man die nutzt, sendet sie bestimmte Daten weiter. So ist das eben bei Apple. Muss man sich überlegen, ob man das möchte. Siri. Nee, aber Aufnahmen teilen möchte ich nun sicherlich nicht. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Und jetzt müsste ich die Home-Taste gedrückt halten können, um Siri zu aktivieren. Ich teste gleich mal, ob das klappt. Was ist 0 geteilt durch 0? Stell dir vor, du hast 0 Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf 0 Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du, das ergibt keinen Sinn. Und das Krümelmonster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt. Und deine Freunde sind traurig, weil sie nicht existieren. Hoch, das ist jetzt aber schnell ausgeartet. Ja, das kannte ich bisher auch ein bisschen anders. Ich kannte so am Ende und das Krümelmonster und so weiter. Und dann und du bist traurig, weil du keine Freunde hast. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sogar noch schlimmer finde, die neue Variante. Aber gut, also das kann man hier mit Siri machen. Gut, aber ich glaube, ich mache das mal wieder aus, denn Siri deaktivieren. So, wir brauchen Siri jetzt eigentlich nicht. Kann man aber nutzen. Dann der Apple Pencil. Mit Apple Pencil ist nicht nur der Apple Pencil gemeint. Wenn ich das aktiviere, ich habe es vorhin schon mal gesagt, bestimmte Stifte im Bereich von 25 Euro funktionieren damit auch. Ich möchte es aber doch mal wieder hin. Ich glaube, das ist besser im Video zu sehen. So, zurück zum Apple Pencil. Ja, wichtig ist diese Option, damit das Tablet nur den Stift erkennt. Denn wenn ich so schreibe, ich kann das ja mal so zeigen oder so, dann liegt sonst der Handballen auf dem Tablet und der würde dann bei den entsprechenden Apps mitschreiben. Also man würde dann dort Punkte und Striche sehen. Das passiert nicht, wenn man extra diese Funktion aktiviert. Dann wird wirklich nur ein Stift als Stift erkannt. Dazu braucht man allerdings einen Stift. Also für uns ist das erst mal irrelevant, denn ich habe jetzt ja gerade keinen angeschlossen. Wir kommen zur Batterie. Das ist eine sehr sinnlose Einstellung. Also man kann das Prozentzeichen mit der Zahl wegmachen. Wir sehen, meine ist gerade zu 99 Prozent geladen. Ja, und jetzt sehen wir nur noch das Batteriezeichen, aber nicht wie viel Prozent das sind. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Vielleicht für Leute, die Angst vor Zahlen haben oder so, dass sie das nicht sehen müssen. Wir sind beim Datenschutz. Hier kann ich einzeln gerade so was wie Ortungsdienste einstellen. Ihr kennt das sicherlich. Die Fotos-Apps auf den meisten Geräten wollen ja gerne wissen, wo das Foto gemacht wird, damit sie es auch später auf einer Karte anzeigen können. Und diese Einstellung kann man hier machen. Wie ihr seht, sind die Ortungsdienste von der Grundeinstellung des Gerätes auf Aus. So, dann kommen wir zu den Passwörtern. Wenn ich jetzt noch wüsste, ich glaube, wir haben zwei, drei, vier, fünf genommen. Ja, hier kann ich jetzt eben meine Passworteinstellung machen. Ich habe aber offensichtlich noch gar keine anderen Passwörter auf dem Gerät gespeichert. Also ist das für mich aktuell durchaus irrelevant. Ja, hier kann ich jetzt tatsächlich nichts weiter machen. Das müsst ihr euch auch überlegen. Ich empfehle euch als Schüler, die wichtigsten vier Passwörter auswendig zu lernen. Also es sind für eure Schulzeit meines Wissens tatsächlich nur vier. Sehen wir mal durch, ob es stimmt. Also einmal hätten wir den Spindcode. Der ist vierstellig. Dann für dieses Tablet auch ein vierstelliger Passwort, ein vierstelliges Passwort. Wer clever ist, nimmt da einfach das gleiche. Dann spart ihr euch schon mal eins. Dann habt ihr ein komplizierteres Passwort für iSurf. Also ich glaube, das braucht mittlerweile auch Groß- und Kleinbuchstaben und so einen Spaß. Das muss also schon ein Satz sein, mit dem ihr euch das merkt. Und dann haben wir als letztes eventuell noch Office, wenn eure Tutoren das aktiviert haben. Also für die Office-Apps. Da könnt ihr aber wiederum dasselbe nehmen wie für iSurf. Also könnte, sollte man das machen. Da muss man überlegen, wie gut ist mein Passwort? Wie sicher habe ich das? Aber selbst im schlimmsten Fall, wenn ihr vier unterschiedliche habt, sind es halt nur vier Apps. Ich denke, damit kann man leben. So, Kontakte. Da könnt ihr grundsätzlich nichts machen, denn Kontakte ist deaktiviert. Genauso der Kalender. Denn wozu sollte man das schon groß nutzen? Was ihr dagegen nutzen könnt, ist Notizen. Gerade wenn ihr einen Pen habt, um eben auf das Tablet zu schreiben. Hier ist diese Option spannend. Ihr könnt die fertigen Notizen in Fotos sichern. Das ist ganz nett. Gerade wenn man seine Notizen dann teilen will oder irgendwo anders speichern möchte. Außerdem kann man hier Kleinkram machen. Also ich besagen, ich möchte standardmäßig meine Notizen auf kariertem Papier schreiben. Dann wird das grundsätzlich so ausgelegt. Wir schauen mal, wenn wir zur Notiz-App kommen, ob sich das Apple schon gemerkt hat. Ja, dasselbe gilt für Erinnerungen. Hier kann ich mir ein paar kleine Einstellungen machen. Das hier ist vielleicht ganz spannend. Ihr könnt euch einstellen, wann wollt ihr an ganztägige Erinnerungen erinnert werden. Da ist zum Beispiel sinnvoll, bevor man aus dem Haus geht. Sagen wir mal, das ist 6.45 Uhr. Da verlasst ihr euer Haus. Und dann sollt ihr noch mal daran erinnert werden. Zum Beispiel habt ihr euch aufgeschrieben, ich soll meinen Tonbeutel mitbringen. Und dann erinnert euch das Tablet noch mal daran. Hey, 6.45 Uhr. Denkt dran, heute Tonbeutel. Kann man machen. FaceTime ist deaktiviert. Safari ist der standardmäßige Browser auf den Tablets. Also der von Apple. Hier kann ich die Suchmaschine einstellen und dann eben Standarddinge. Also ich kann mir, ob ich die Favoriten sehen will. Ich mache mal Favoritenleiste auf einblenden. Wobei, ich zeige es gleich nochmal dann in der App, wie man das macht. Und verschiedene Kleinigkeiten. Ob man die Tabs sehen möchte, das wollen wir. Also grundsätzlich könnt ihr diese Sachen so lassen, wie sie eingestellt sind. Wer sich damit noch genauer beschäftigen will, kann das machen. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, denn ich möchte in anderthalb Stunden fertig werden und nicht in zwei Tagen. Das hier gehört zur Classroom App, der Klassenfortschritt. Da kann man eventuell sehen, wenn man Aufgaben von den Lehrern bekommen hat, wenn sie das denn so nutzen. Das ist also im Normalfall für euch erstmal nicht weiter wichtig. Immer trinken zwischendurch, gerade im Winter nicht vergessen. So, als nächstes sehen wir hier alle Apps, die installiert sind. Da gehe ich jetzt nicht auf jede ein, sondern sage einfach, worum geht's. Ich gehe mal zum Beispiel auf Pages, die normale Schreib-App. Dann kann ich hier einstellen, darf sich die App im Hintergrund aktualisieren. Also von alleine, ohne dass ich sie nutze. Wo soll sie standardmäßig speichern? Was gibt's für Infos zu der App? Und das ist letztendlich bei jeder sehr ähnlich, wie ihr hier seht. Es sind immer solche Einstellungen. Ja, damit haben wir die allgemeine Option Einstellungen geschafft. Das war jetzt die längste App. Habt ihr schon mal einen großen Punkt fertig, denke ich. Wir schauen uns jetzt die weiteren Apps an, die ich dabei auch grundsätzlich noch mal erklären werde, wie das Ganze funktioniert. Und ja, dann machen wir das doch mal direkt, dass wir hier nicht so ewig brauchen. Ich schau mal auf meinen schlauen Zettel, ob ich noch irgendwas Wichtiges sagen möchte. Aber ich glaube, das habe ich soweit. Ich komme sonst später sicherlich noch mal drauf. Einen Punkt zum An- und Abmelden habe ich da noch gefunden. Die Frage ist, ja, ich nutze das Tablet jetzt. Ich gehe jetzt, jetzt habe ich Pause oder ich gehe nach Hause. Ja, ich mache ein Standby. Reicht das oder reicht das nicht? Ich bin ja noch angemeldet. Hm, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Den Schultag über müsst ihr euch nicht immer abmelden. Denn ihr seht, so geht es viel schneller. Ich kann einfach klicken, bin wieder online direkt und alles gut. Das Problem ist, die Updates laufen nur, wenn der Nutzer abgemeldet ist. Das heißt, um zum Beispiel ein Systemupdate von uns Administratoren zu kriegen, dass wir einfach automatisch anstellen. Das kann erst installiert werden, wenn wirklich alles abgemeldet ist. Und dazu ist es gerade am Wochenende oder vielleicht abends durchaus sinnvoll, das mal zu machen. Nebenbei auch so ist es für das Tablet definitiv nicht schlimm, wenn man es mal komplett ausschaltet. Ihr müsst das jetzt ja nicht im Dauerbetrieb nutzen. Das kann auch mal zwei Tage oder eben das Wochenende, was weiß ich, die Ferien ausgeschaltet sein. Da verbraucht es auch fast keinen Strom. Also ganz simpel, warum nicht? Ja, da spricht sicherlich nichts dagegen. So, jetzt kommen wir weiter zum Doc und zur wichtigsten App an unserer Schule, wo wir die ganzen Daten haben. Das ist iSurf. Über iSurf könnt ihr euch grundsätzlich auch über den Browser anmelden. Ihr werdet aber später sehen, warum es durchaus wichtig ist, die App zu verwenden. Daher machen wir das jetzt erstmal. Ich verwende jetzt iSurf, klicke hier auf Weiter. Und bei uns an der Schule ist es Neue-Igs.org. Das gebt ihr ein und klickt auf Weiter. Und wenn das richtig gelaufen ist, dann seht ihr hier schon unser Schullogo oben in der Mitte. Ich scheine es gerade richtig eingegeben zu haben. Jetzt kommt mein Kontakt. Das ist Bubi Beispiel und sein Passwort. Ich muss heute gefühlt wahrscheinlich sowieso seine ganzen Passwörter ändern. Ist aktuell Bubi Superchef. So, dann melde ich ihn mal an. Hallo Bubi, die Einrichtung der App ist nun abgeschlossen. Ja, sehr schön, iSurf. Vielen Dank. Und ich melde mich an und sehe meine iSurf Startseite. Die solltet ihr über euch auch immer mal kontrollieren. Denn ihr seht, was habt ihr als nächstes für Lernchecks. Steht was im Kalender an? Hat jemand Geburtstag? Hier zum Beispiel sehen wir, dass es aktuell die Aktion Winterpost gibt. Die ist für die Jahrgänge Nordamerika und Asien. Die können sich das dann durchlesen. Big Challenge ist hier unten noch und so weiter und so fort. Also durchaus hilfreich alles. Und das kann man mit der App eben sehr gut machen. Wenn ich die App jetzt schließe, also ihr seht Doppelklick auf die Home-Taste. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Dann kann ich einfach die alten Apps wegschieben. Und einmal komme ich jetzt natürlich sehr schnell wieder in iSurf rein. Ja, ein Klick. Und sehr schnell wollte ich gerade sagen. Naja, aber ich glaube, das ist in Ordnung und schon sind wir wieder auf der Startseite. Das geht also durchaus entspannt. Damit kommen wir zur nächsten Schuladministrations-App und das ist Webuntis. Bei oder Untis Mobile heißt es jetzt in diesem Fall, weil es die Variante für die Tablets ist. Hier gehen wir auf Profil hinzufügen und suchen nach neue IGS. Und dann kommen wir auch schon als Vorschlag. Hier als zweites. Das klickt ihr einmal an. Neue IGS Göttingen. Und jetzt denkt ihr, ich habe aber gar keinen Benutzername oder ein Passwort. Das macht gar nichts. Ihr klickt einfach auf Anonym, Login und schon seid ihr eingeloggt und habt das Ganze. Ja. Übrigens sogar mit einem kleinen Bonus. Ihr habt nämlich gerade sogar die Premium-Version für die Schule. Also hier OK. Das finden wir gut. Und wir sind sogar Beta-Tester. Das finden wir auch gut. Und jetzt könnten wir uns hier den Stundenplan auswählen. Da klickt ihr einfach auf Stundenplan und sucht euch euren entsprechend aus. Das muss ich jetzt ja nicht machen. Und der wird dann hier hinten eingeblendet. Ihr seht dort auch immer die neuesten News. Wenn es Vertretung gibt, eventuell sogar die Vertretungsaufgaben. Falls eure Lehrer das machen, seht ihr auch, wann Lernchecks geschrieben werden. Also und es ist da nicht schlecht. Was ist wofür? iSurf ist eher für allgemeine Daten. Das heißt, wenn ich einem Lehrer etwas schicke, zum Beispiel per E-Mail. Ich soll was im Aufgabenmodul hochladen. Und es ist eher für die Organisation. Also was habe ich eigentlich nächsten Block? Muss ich da noch etwas extra machen? Und solche Geschichten. So. Und dann kommen wir zu Safari. Bei Safari sehen wir links die Lesezeichenliste, die aktuellen Favoriten und können dort entsprechend wählen. Die Lesezeichenliste kann ich auch wegmachen, um einfach mehr zu sehen. Ja, wie arbeite ich jetzt damit? Bei Suchbegriff gebe ich die entsprechende Seite ein. Zum Beispiel neue IGS Göttingen. Da steht das schon. Und die möchte ich jetzt mal zu meinen Favoriten hinzufügen. Wie mache ich das denn? Dazu klicke ich auf das Viereck mit dem Pfeil nach oben und sage, ich möchte es als Favorit sichern. So. Wie nenne ich das Ganze? Ja, ich lasse mal das Home weg. Ich nenne es neue IGS Göttingen. Sichern. Und damit habe ich das. Wo ist es gelandet? Hier bei dem Buch unter Favoriten steht hier jetzt neue IGS Göttingen. Wenn ich einen Favoriten nicht mehr will, kann ich den auch so wegschieben. Ja, dann lösche ich den. Ich kann das hier auch ein bisschen umbauen, über Bearbeiten. Könnte ich mir einen neuen Ordner machen. Nenne ich vielleicht Mathe. So. Und dann könnte ich jetzt in den Mathe-Ordner auch nochmal einzelne Lesezeichen machen. Wenn ich besondere Mathe-Seiten immer wieder verwende, zum Beispiel. Ja, so weit, so gut. Das ist also das Ganze. Ich kann mit dem Plus einen weiteren Tab öffnen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel mal hier Bing nehmen als Suchmaschine. Ja, das ist so wie Google halt von Microsoft. Muss man dann wieder die Cookies akzeptieren, wenn man das nutzen möchte. Und ja, Bild des Tages zum Beispiel. Hier dieser einsame Berg. Den könnte ich jetzt anklicken. Und wenn ich die, ja, wenn ich langsam denke, ich habe aber ganz schön viel, ich verliere den Überblick über meine Tabs, kann ich auf die Taste oben rechts klicken. Dann sehe ich die alle nebeneinander. Also hier sehe ich jetzt, was ich gerade auf Bing gemacht habe. Hier die Homepage. Ich kann die auch einzeln wieder schließen. Und ja, ich denke, ihr wüsst grundsätzlich, wie man mit einem Browser arbeitet. Dann haben wir Documents. Documents, wie der Name schon sagt, ist für Dokumente. Wir müssen hier am Anfang natürlich noch klicken, dass wir das alles verstanden haben. Anmeldung erforderlich. Abbrechen. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich wüsste auch nicht, dass ich mich da anmelden muss. Falls sowas kommt, braucht ihr nicht. Weiter, weiter. Ihr könnt übrigens mit den Tablets auch nichts falsch machen. Hier steht jetzt zum Beispiel sieben Tage testen, danach 90 Euro pro Jahr. Das ist ordentlich. Ich klicke mal drauf und jetzt steht aber da In-App-Kauf fehlgeschlagen. Das ist nämlich für die Leihpads nicht eingerichtet. Also keine Angst, da kann euch grundsätzlich nichts passieren. Ja, hier sehen wir jetzt ein paar Beispieldateien. Zum Beispiel dieses Beispiel PDF. Und das Gute an Documents ist, wir können prima damit arbeiten. Ich kann in diesem PDF jetzt zum Beispiel mit der Markierfunktion Text markieren. Ich kann auch Text unterstreichen. Ich kann Text durchstreichen. Ich kann per Hand markieren. Ich kann sonstige Notizen machen. Ich kann Formen einfügen. Und ich kann auch Sticker stickern. Oh, die Katze ist besser. Achso, die müsste ich erst runterladen. Na, dann lassen wir es mit den Stickern. Also, ich kann hier wunderbar arbeiten. Ich kann auch das PDF, was die hier nicht alles beim ersten Mal nutzen, Verwerbung zeigen. Also, ich kann auch in dem PDF zwischen den Seiten wechseln. Ja, ich wusste das alles. Aber ihr könnt euch das gerne durchlesen. Da gibt es noch ein paar Tipps zum Arbeiten. Das ist also gut, um PDFs zu lesen. Ihr könnt aber auch andere Daten dann damit gut verbinden. Dazu komme ich aber noch, wenn wir gleich ein paar Daten erstellen. Als nächstes haben wir jetzt Jamf. Das ist das Programm, das auch die Tablets verwaltet. Und da sind die Datenschutzhinweise, die man sich erst mal durchliest, dann akzeptiert. Auch, ob man Bluetooth nehmen darf oder sollte. Okay. Ortungsdienste sind eigentlich nicht notwendig. Das ist aber jetzt sowieso ja nur ein Beispiel. Dann meldet sich das Ganze an. Abbrechen. Ich möchte keine Ortungsdienste. Und hier fehlt mir was. Normalerweise müsste ich auch meine Hand heben können. Das kann aber sein, weil ich gerade was nicht zugelassen habe. Mit der App könnt ihr grundsätzlich nichts machen. Da fragt ihr euch natürlich, ja was soll ich denn überhaupt mit dieser App? Die ist dafür da, dass euer Tablet verwaltet werden kann. Also der Lehrer oder die Lehrerin hat die Gegen-App dazu. Da ist dann auch so ein Lehrerkopf drauf. Und damit kann zum Beispiel eingestellt werden, dass ihr nur eine bestimmte App, zum Beispiel den Taschenrechner, auf dem Tablet verwenden könnt. Ist also, denke ich mal, ganz günstig. So, damit kommen wir zur letzten App aus dem Dock. Und das ist der Foto-Operat. Da kann ich natürlich wählen, wovon möchte ich ein Foto machen mit der Kamera. Ich habe jetzt die Kamera nach unten genommen. Und dann lege ich mal so diesen Stift. Diesen Stift dahin, den möchte ich jetzt fotografieren. Und dann mache ich das auch mal. So, habe ein Foto gemacht. Und da stand gerade oben in der Mitte Live. Das ist dieses Zeichen mit der Sonne. Das kann ich auch ausstellen. Und dann mache ich ein normales Foto. So, diesmal hat er auch ein Geräusch gemacht. Ja, nicht großartig spannend. Ich habe es jetzt auch nicht besonders scharf hinbekommen. Das hier ist das Live-Foto, das ich gerade gemacht habe. Live-Foto ist jetzt... Weg mit dir. Live-Foto ist letztendlich sowas wie ein kurzes Video. Ich kann hier draufklicken. Mach ich das auch mal? So, habe ein Foto gemacht. Ja, und dann hört man mich nochmal. Also Live-Foto, ich weiß nicht was das soll. Mini-Video. Und dann sehen wir aber auch noch, was ich als zweites gemacht habe. Dieses unscharfe Foto. Das ist jetzt aber wirklich ein Foto, wie man das Ganze auch kennt. So, ich schließe erstmal wieder meine letzten Apps. Immer mal wieder ein bisschen aufräumen. Denn das waren jetzt erstmal die wichtigsten Apps aus dem Dock. Und jetzt schauen wir uns als nächstes an, was ist gerade auf dem Tablet installiert. Also, was sind denn aktuell die Apps, die so wichtig sind, die in der Schule eingesetzt werden könnten. Und keine Sorge, das sind nicht alle. Das sind eigentlich nur die obersten zwei Reihen. Die dritte Reihe, das sind Apps. Ja, die sind durchaus wichtig. Die werden wahrscheinlich drauf bleiben. Die unterste Reihe sind Apps, die ihr vielleicht, wenn ihr das Video schaut, schon gar nicht mehr auf eurem Gerät habt. Da müssen wir nämlich erstmal noch sehen, ob die nützlich sind. Aber vielleicht gibt es dafür dann noch wieder neue unten drunter. Also, Apps sind natürlich immer am Kommen und Gehen, so wie das eben damit ist. Daher schauen wir uns die jetzt nach Wichtigkeit an. Wie ihr schon gehört habt, ist bei mir die Erinnerungs-App durchaus beliebt. Warum? Weil man damit gut arbeiten kann. Und zwar fangen wir mal direkt an. Dann für heute mache ich mir eine Erinnerung. Jedenfalls müsst ihr, jetzt geht's. Und zwar heißt die Erinnerung, ich möchte heute Kuchen backen. Und ja, ich finde das ganz entspannt, super einfach. Hier steht die Erinnerung. Ich habe jetzt eine geplante Erinnerung, eine für heute, eine insgesamt, eine in der Liste Erinnerung. Ist hoffentlich verstanden. Ich kann die dann später anklicken. Dann habe ich sie erledigt und zack, verschwindet sie. Ja, warum ist das denn ganz nett? Weil ich das noch ein bisschen genauer machen kann. Ich kann jetzt nämlich in meine Liste Erinnerungen gehen und sagen, eine neue Erinnerung. Und zwar möchte ich zur Schule gehen. Zur Schule gehen. Und hier oben kann ich jetzt auswählen, was, wo, wie. Und da wähle ich jetzt mal als Datum morgen. Und dann klicke ich auf Enter und ist das direkt eingetragen. Ja, bin ich fertig. Finde ich eigentlich ganz entspannt. Eine schöne Art, günstig sich sowas zu notieren. Ich kann es aber noch genauer machen. Ich könnte jetzt als neue Liste in blau, finde ich gut, sowieso eine Liste Schule anfertigen. Und in dieser Liste Schule kann ich jetzt extra Erinnerungen für die Schule aufbewahren. Zum Beispiel, was möchte ich in der Schule machen? Zuhören. Also ich denke mir jetzt einfach irgendwelche Sachen aus. Und ich möchte auch mitarbeiten. Also habe ich zwei Aufgaben für die Schule. Ich möchte aber noch sagen, wann ich das machen soll. Und zwar nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende ist besonders schlau für Schule. Naja. Und das Zuhören. Das möchte ich auch machen. Und zwar, hier mache ich es jetzt spezieller. Das möchte ich machen am Donnerstag und jetzt noch mit Zeit um 12.25 Uhr. Also man kann hier wunderbar minutiös planen. Wer gut plant, ist auch gut pünktlich. Und damit sehen wir jetzt als schöne Übersicht, heute habe ich nichts zu tun. Ich habe drei Aufgaben geplant. Das sind, unter Erinnerungen habe ich eine, unter Schule zwei. Und hier kann ich die nochmal einzeln ansehen. Also eine durchaus nette Sache. Eine Einstellung, die da vielleicht noch interessant ist, findet ihr unter den drei Punkten. Und zwar kann ich auch sagen, dass ich die Erledigten einblenden möchte. Warum? Na dann sieht man eine Weile besser, was man geschafft hat. So. Ich habe jetzt diese beiden Aufgaben geschafft. Sie sind aber noch grau dort, damit ich dann am Ende des Tages sehen kann, oh, das habe ich aber heute gut gemacht. Und wenn ich die dann nicht mehr möchte, kann ich die dann entsprechend löschen. So. Das war die App Erinnerungen. Damit kommen wir zu Fotos. Da sehen wir die drei, die wir gemacht haben. Auch ganz am Anfang, wenn ihr euch noch zurückerinnert, habe ich eine Bildschirmaufnahme gemacht. So sollte ja auch das eigentliche Video werden. Die spiele ich jetzt einfach mal ab, dass ihr seht, das funktioniert ja. Das Aufnahmezeichen, diese Aktion, ja, dass ich gerade die Bildschirme, diese Sachen hin und her geschoben habe, die wurde jetzt. Ja, also ich denke, das funktioniert ganz gut. Ist eine nette Sache, wenn man mal jemandem was erklären möchte, verbraucht aber super viel Speicher. Daher werde ich das mal direkt löschen. Und löschen, wichtig, reicht nicht. Ihr müsst dann noch zu zuletzt gelöscht gehen. Und das nochmal lassen. Das gleiche. Ja, jetzt will ich dich nicht mehr hören. Und jetzt löschen. Und jetzt wird es jetzt erst beim zweiten Mal wird es endgültig gelöscht und nimmt daher jetzt für uns auch keinen Speicher mehr weg. Achso, ja, was kann man da noch so machen? Eine wichtige Sache haben sie uns ja vorhin erklärt, wenn ihr euch erinnert, in den Details. So, Mediathek. Das finde ich gar nicht schlecht. Das geht bei Windows schon seit immer, aber jetzt auch bei Apple. Ich kann das Bild hochwischen. Die Effekte sind auch witzig. Aber jetzt kann ich ein Untertilt dazu schreiben. Und ich nenne das Stift bei Nacht. Schon ist das Foto viel mehr wert. So. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man sich später daran erinnern will, wenn man überlegt, wozu gehört das Bild. Da ist mir schon oft so gegangen, dass ich interessante Fotos gemacht habe und danach gar nicht mehr wusste, warum ich die überhaupt gemacht habe. Kann aber auch an meinem Gedächtnis liegen. Ja, soviel zur Fotos-App. Damit zu Notizen. Die Notiz-App sagt uns, wir haben gerade keine Notizen. Ich mache jetzt mal eine neue. Eigentlich sollte die doch kariert werden, habe ich voreingestellt. Naja, aber vielleicht ist das so, weil ich ja gerade hier mit Stift schreibe. Mit Stift mit Tastatur. So, mit Tastatur. Und jetzt kommt auch, wenn ich nicht mehr schreibe, das karierte Blatt. So wie es sein soll. Dazu kann ich jetzt meinen Stift auswählen. Hier unten. Zum Beispiel hier diesen blauen. So eine Art blauer Bleistift. Das ist tatsächlich ein blauer Bleistift. Wie nennt man das? Buntstift, ne? Und kann entsprechend damit schreiben. Oder hier mit Schwarz. So ein Filzer. Da kann ich auch grün machen und so weiter. Ist mit dem Finger natürlich nicht wirklich schön mitzuschreiben. Gibt es aber eben wirklich gute Apps dafür. Und wenn man jetzt kein Geld für eine App ausgeben möchte, kann man das folgendermaßen lösen. Und zwar bauen wir uns hier einfach ein schönes Notizbuch. Mit Plus nennen wir das Buch zum Beispiel Mathe. Sichern das Buch. Jetzt entsteht hier ein Buch Mathe. Und dort können wir jetzt als erste Notiz. So. Neue Notiz. Das ist vielleicht Unterricht am 1. Ja, los. Will er nicht. Am 1. 12. 2020. Und ihr seht, die Notiz wird dann direkt so umbenannt. Mathe ist so cool. So. Das, was die Schüler halt so typischerweise schreiben. Wie Buben und Mädchen. So. Mathe ist so cool. Damit habe ich jetzt, ja, eine schöne Notiz. Und ich könnte jetzt danach wieder die nächste machen. Da seht ihr es schon. Der erscheint sie. Das könnte jetzt halt die nächste Stunde sein. Und so weiter und so fort. Und dann kann ich das später schön sortieren. Und kann sagen, ja, das ist jetzt irgendwie Krickelkrackel. Zum Beispiel. Und in Mathe. Zuerst haben wir das gemacht. Dann haben wir das gemacht. Und man kann das auch wunderbar hier verknüpfen. Ich kann zum Beispiel auf das Fotozeichen gehen. Und kann jetzt sagen, ich möchte ein Foto sogar neu aufnehmen. Zum Beispiel von der Tafel. Oder ich wähle eins aus, das ich schon gemacht habe. Hinzufügen. Und baue das einfach in meiner, ja, in meinen Unterrichtsentwurf hier mit ein. Und habe dann hoffentlich interessante Seite davon. Ja. Kann man also gut machen. Ja. Mehr gibt es für der Notiz-App auch nicht zu wissen. Eignet sich eben dann besonders gut, wenn man einen Stift hat. Für sonstige Notizen weiß ich nicht. Da würde ich eine der Apps empfehlen, die wir als nächstes machen. Da kommt nämlich auch schon Pages. Was für ein Vorurteil, dass ich das Video heute schon mal gemacht habe. Ah. Und bei Pages. Also Pages ist das Schreibprogramm von Apple. Kann man eben Texte schreiben. Könnte ich jetzt ein Dokument erstellen. Jetzt fällt euch aber vielleicht was Spannendes hier an der Seite auf. Da steht iSurf. Weil wir iSurf ja im Verlauf eben schon registriert haben. Ich kann als Speicherort jetzt also iSurf auswählen. Das ist richtig gut. Die beiden wichtigen Ordner heißen Files. Warte, das wollte ich nicht. Files und Groups. Groups ist Gruppen. Und Files ist Dateien. Die anderen sind, würde ich nicht speichern. Ich glaube, das kommt dann einfach nicht an. Also Files sind eure eigenen Dateien und Gruppen. Da sieht man hier zum Beispiel Stammgruppe Afrika 3. Das ist einfach die Gruppe, in der Bubi Beispiel drin ist. Da könnte ich es also in der Gruppe speichern. Ich kann es jetzt aber auch in meinen eigenen Dateien speichern. Und hier mache ich jetzt ein neues Dokument. Also nochmal ganz wichtig, wenn ich das gleich auf iSurf speichern will, damit ich später gar keine Probleme habe, klicke ich einfach auf iSurf. Dann Files oder Groups. Ich nehme jetzt Files. Ja, und das war's schon. Dokument erstellen. Wir nehmen mal so was hübsches. Ja, das hier ist doch hübsch. Irgend so ein Diamant. Das nenne ich auch so. Es lädt ein bisschen. Na komm. Und ja, das sieht doch... Achso, ein Liebesroman ist das. Naja, muss er jetzt nicht schaden. So, ich klicke hier drauf und benenne das auch um. Der Diamant der Zeit. Das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Es gab irgendwo mal einen Diamant der Zeit. So, ich sollte das natürlich größer machen. So, jetzt habe ich ein wunderschönes Buch. Damit wir das dann wieder erkennen, immer einen Titel eingeben. Das ist jetzt also der Diamant. Ja, das soll mal reichen. Eigentlich müsste es jetzt schon live bei iSurf gespeichert sein. Ich klicke mal auf Dokumente. Und lädt hier irgendwas. Der Diamant, da steht es. 204 KB. Sollte eigentlich schon bei iSurf gelandet sein. Wir gucken einfach mal nach. Gehen dazu in die iSurf App. Und ich habe es ja bei meinen Dateien gespeichert. Da gehe ich jetzt also auf alle Module. Auf Dateien. Und da steht es auch schon. Ah, das wollte ich nicht anklicken. Der Diamant. Und der Diamant, das kann ich jetzt einfach anklicken. Und da ist es schon geöffnet. Der Diamant der Zeit. Ja, mit ewiges Licht. Naja, also von daher. Bei den Vorlagen kann man sich immer was Schönes suchen bei Pages. Und kann das dann passend einbauen. Man kann aber auch ein leeres Dokument erstellen und dann damit arbeiten. Ja, bei den beiden nächsten Apps wird es jetzt genauso weitergehen. Jetzt kommt Numbers. Damit macht man Tabellenkalkulationen. Also alles, was irgendwie mit Tabellen zu tun hat. Ich mache das wieder genauso. Ich gehe auf iSurf. Und diesmal gehe ich auf Gruppen. Und speichere das in der Stammgruppe Afrika 3. Vielleicht weil mein Lehrer das gesagt hat. Der will vielleicht, dass wir alle eine Tabelle hochladen. Und damit meine Lehrerin das auch findet, lade ich das jetzt eben in der Stammgruppe hoch. Ja, dann weiß sie auch, wo das Ganze ist. Und ja, dann mache ich das mal. Tabelle erstellen. Jetzt aber was richtig cooles. So schwarz. Ja, nehmen wir doch das hier. Das schwärzeste von allen. Richtig schwarze Tabelle. Schwarz wie die Nacht. So. Und Tabelle 1. Leer schwarz. Das klingt schon cool. Aber wir nennen das Tabelle der Dunkelheit. Also da weiß ich auf jeden Fall, ob es geklappt hat zu speichern. Ja, und was schreie ich? Ich klicke mal irgendwas so. Oder so dumm. Also man kann jetzt hier normalerweise rechnen. Mal so ein Beispiel. Ich könnte jetzt hier eine 1 reinschreiben. Und unten drunter eine 15. Und dann könnte ich ins nächste Feld schreiben. Ist gleich. Damit wird der Formeleditor aktiviert. Und jetzt möchte ich die Summe wissen. Summe. Und da wird es schon vorgeschlagen. Ich möchte die Summe von den beiden. Von F2 bis F3. Enter. Und die Summe ist 16. Also dafür ist es eigentlich gedacht. So. Ich bin fertig damit. Ich klicke wieder zurück auf Tabelle. Und lasse ihn kurz Zeit da. Es lädt gerade. Wir sehen das. Nicht übertragen steht da. Ist aber traurig. Ja, ich weiß nicht, ob man da noch einen Speicher braucht. Oder ob ich ihm jetzt noch ein bisschen Zeit geben muss. Oder ob es daran liegt, dass es in den Gruppen ist. Es gibt ja immer viele Sachen. Ja. Wenn man sich da nicht sicher ist. Oh, jetzt kann ich es auch nicht mehr anklicken. Wie ihr seht, ich habe das heute aber schon mal getestet. Die anderen Dateien haben auch funktioniert. Angeblich nicht übertragen. Ich starte das Ganze mal neu. Würde ich euch dann auch empfehlen. Wir gucken einfach mal, ob sich da was getan hat. Da ist die Tabelle der Dunkelheit. Die Tabelle der Dunkelheit. Also sie steht zumindest im richtigen. Bei iSurf. Gruppen. Ah, hier steht sie allerdings nicht. Tatsächlich. Stammgruppe. Ne, da drin. Ich habe es in Stammgruppe gespeichert. Da steht die Tabelle der Dunkelheit. Also ob die wirklich nicht übertragen würde, würde ich jetzt mal bestreiten. Ich gehe bei iSurf auf Gruppen. Stammgruppe Afrika 3. Und finde hier die Tabelle der Dunkelheit. Hat alles funktioniert. Naja, also es gab vielleicht wirklich einen Übertragungsfehler, dass der Inhalt weg ist. Aber dann muss man es halt nochmal machen. Also grundsätzlich hat das Ganze auf jeden Fall hingehauen. Damit kommen wir zur letzten dieser Apple-Programme. Und das ist Keynote. Keynote. Die meisten kennen das Windows-Programm PowerPoint. Das ist hier quasi das gleiche. Diesmal speichere ich das Ganze bei Documents. Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Hier sehen wir nochmal die Mona Lisa und was wir da sonst so hatten. Und jetzt klicke ich auf Präsentation erstellen. Ich möchte natürlich zuerst ein Thema auswählen. Und dann nehme ich gerne dieses superbunte. Das, was immer dort steht, ist übrigens quasi Latein. Lorem Ipsum Dolor. Das heißt also gar nichts. Das soll einfach nur ein bisschen cool aussehen. Und so eine richtig coole Präsentation heißt natürlich Hallo. Und das reicht mir eigentlich auch schon wieder. Ich gehe zurück auf Präsentation. Und eigentlich sollte es damit schon wieder getan sein. Wir sehen mal nach. Ist das Ganze in Documents angekommen? Wir laden das. Und was will denn der hier immer mit Anmeldung erforderlich? Das muss ich mal noch rausfinden. Ich glaube, ich habe sie gerade gar nicht benannt. Ich nehme an, dass es diese Präsentation ist. 19.35 Uhr. Das würde von der Zeit her passen. Und wir klicken es mal an. Ja, das ist die Präsentation. Sie ist also angekommen. Alles gut. Ja. Mehr wüsste ich dazu jetzt auch gar nicht zu sagen. Damit haben wir die erste Reihe geschafft. Und kommen jetzt zu SkiCalc. Steht drunter. Das ist einfach nur ein Taschenrechner. Also steht für Scientific Calculator. Der ist von GeoGebra. Und damit kann man eben ein bisschen rechnen. Ja. 8 plus 5 ist gleich 13. Ich hätte gar nicht auf ist gleich klicken müssen. Denn wenn ich 8 plus 5 eingebe, dann steht es schon als Zwischenschritt da. Ich kann das aber auch komplizierter machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel eingeben 4. Und jetzt klicke ich auf die Hochtaste. Hoch 2. Minus 7. Jetzt auf die Bruchtaste. Fünftel. Plus der Sinus von Pi. Tja. Der Sinus von Pi ist 0. Von daher tut sich da nicht so viel. Ja. Also das ist ein Taschenrechner. Da kann man jetzt auch nicht so viel erklären. Der ist durchaus anspruchsvoll. Also ich kann hier mit Funktionen und Variablen noch durchschalten. Und dann kann ich entsprechend damit rechnen. Prüfungsmodus konnte ich machen. Ja. Ich kann ein bisschen minimal einstellen. Also runden. Was ich haben möchte. Grad oder Radmaß. Die Schriftgröße ist vielleicht ganz nett. Die würde ich mir hier echt groß machen. Ja. Das ist doch ein Taschenrechner. Also so kann ich auch gleich ein bisschen was erkennen. Ja. Aber sonst gibt es dazu eigentlich nichts weiter zu lernen. Daneben haben wir GeoGebra Klassik. Das ist der Zeichner von GeoGebra. Also der Name Geo kommt ja schon daher. Die haben mit Geometrie begonnen. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel ein regelmäßiges Viereck zeichnen. Ich beginne hier an diesem Punkt. Und dann habe ich noch einen hier. Und von diesen beiden Punkten möchte ich jetzt das ein Viereck gebildet. Nehmen wir mal ein Fünfeck. Muss ja schon ein bisschen. Oh. So viele Ecken will ich gar nicht. Ja. Und er hat manchmal ein bisschen Probleme mit der Eingabe. Das ist also schon immer so gewesen. So. Da hätte ich jetzt ein Viereck. Also ein Pentagon. Ja. Und damit kann man natürlich beliebig rumspielen. Also ihr seht das hier schon. Ich kann das Ganze auch in einer 3D Grafik verwenden. So. Da kann ich dann ranzoomen und die Achsen beliebig drehen. Ähm. Und was weiß ich. Irgendeinen komplizierten Körper einfügen. Oder was man will. Also mit GeoGebra geht wirklich sehr viel. Probiert da einfach mal ein bisschen rum. Als nächstes haben wir vier OneNote. Äh. OneNote Apps wollte ich schon sagen. Haben wir vier Apps von Microsoft Office. Deswegen sehen die auch so ähnlich aus. Ich habe die extra untereinander angebracht, damit man die so ein bisschen vergleichen kann. Denn das, was es von Apple gibt, gibt es auch von Windows. Also OneNote ist so ähnlich wie Notizen. Word ist so ähnlich wie Pages. Excel so ähnlich wie Numbers. Und PowerPoint so ähnlich wie Keynote. Gut. Die sehen wir uns jetzt mal an. Und ich hoffe, die funktionieren auch. Denn. Ja. Das ist erstmal hübscher gestaltet. Ich muss mich für die App anmelden. Das ist so ein bisschen das Problem. Die Apple Apps funktionieren einfach. Die sind auf den Geräten. Die Windows Apps gehen in vielen Dingen einfach echt schöner. Haben aber den Nachteil, dass man einen Account braucht. Als Schüler der neuen IGS habt ihr allerdings einen. Da könnt ihr euch grundsätzlich mal an eure Tutoren wenden. Dann melden die euch mit euren Zugangsdaten an. Ich klicke jetzt hier also auf Anmelden. Und meine E-Mail Adresse ist bubi.beispiel.at neue-igs.org. Also das ist standardmäßig immer ne Vorname Punkt Nachname und dann die E-Mail Adresse halt. Und dann verbindet der. Und dann noch das Kennwort. Und das ist bubi 4711. Also jetzt, wenn ihr das Video schaut, schon nicht mehr. Und damit melde ich mich an. Ja, ihre Notizen werden vorbereitet. Es wird jetzt die laden, die ich schon mal gemacht habe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da schon mal was gemacht habe. Ich glaube schon. So, behalten Sie Ihre Notizen im Blick. Okay. Und da sehen wir das schon. Ich habe schon mal natürlich ein bisschen was rumprobiert gehabt. Wobei, das ist doch jetzt ganz aktuell. Naja, manchmal weiß man es nicht mit dem Programm gerade. Da habe ich immer mal so meine Schwierigkeiten. Wir probieren mal ein bisschen rum. Hier sehen wir aber gerade, ich kann mir hier schnelle Notizen machen. Ich kann mir hier grundsätzlich weitere Notizbücher machen. Und das möchte er mich aber, glaube ich, gerade nicht machen lassen. Weiteres Notizbuch hinzufügen. Doch jetzt. Ich nehme jetzt die Farbe Gelb für das Notizbuch. Nee, es geht nicht. Ich muss schon Blau für Mathe nehmen. Alles andere wäre ein Frevel. Das Notizbuch heißt Mathe. Das erstelle ich jetzt. Und es lädt natürlich wieder ein bisschen. Ja, ich weiß. Also wer jetzt gerade das Video schaut und denkt, oh Gott, wie viele Programme. Das kann ich mir doch gar nicht alles merken. Ihr könnt euch das Video gerne so oft anschauen, wie ihr wollt. Ich möchte nur gerne alles grundsätzlich in einem Video haben. Denn wenn ich jetzt erkläre, schaut euch für das das Video an und dieser Punkt kommt in dem Video und das kommt im siebten Video. Das findet ja auch keiner. Wer jetzt eh weiß, OneNote kenne ich schon oder so, der kann das überspringen. So, wir sehen jetzt. Ich habe ein Notizbuch. Das heißt Mathe. Ich habe einen Abschnitt. Der heißt gerade einfach neuer Abschnitt. Zurück. Den könnte ich natürlich auch mit draufklicken umbenennen. Das nenne ich mal TÜ. Denn wir schreiben oft tägliche Übungen in Mathe. Und dann Seite. Die muss ich nicht unbedingt umbenennen. Das ist einfach die erste Seite. Und es geht los. Ja, und was ist jetzt das Nette hier dran? Ich kann natürlich einfach reinschreiben und hätte auch wieder Notizbuch. Alles klar. Wirklich sinnvoll ist das aber in Verbindung mit einem Stift. Also wenn ich hier einen Stift nehme, kann ich eigentlich ziemlich hübsch, wer das mag, mir mehrere Notizbücher machen, kann normal reinschreiben, kann aber auch den Stift verwenden. Aber ich denke, auf die Apps, die besonders gut mit Stift funktionieren, gehe ich nochmal ein, wenn ich dann ein Video über den besten Stift mache, den ich bis dorthin gefunden haben werde. So, aber jetzt grundsätzlich. Ja, One Notes. Ich kann mir Notizbücher machen. Hier hatte ich auch schon eins. Das war so automatisch entstanden. Afrika hat neue. IGS Göttingen. Witzig eigentlich. Hat mir eins gleich für einen Jahrgang. Und das kann man entsprechend ihr dann so. Es geht los. Ich mache eine neue Seite. Und die neue Seite halt. Es geht los. Das ist jetzt zweite Stunde oder so. Alles nicht so dramatisch. Kann man gut mit arbeiten. So, dann kommen wir zu Bird. Erste Schritte. Aktivierung. Aktivierung. Das will ich nicht. Ich will nicht informiert werden. Alles bereit. Ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht nochmal anmelden. Wir sehen ja schon hier oben BB für Bubi Beispiel. Denn das sollte eigentlich reichen. Ich habe mich ja gerade erst bei einer Office App angemeldet. Und eigentlich sollte er jetzt verstanden haben, dass ich derselbe bin. So, dann schauen wir doch mal. Das hier ist eine hübsche Vorlage mit dem Otter oder Biber. Was auch immer das ist. Und jetzt sieht ähnlich aus wie Pages. Aber bei Word kann ich eben einfach mehr machen. Das ist der Titel. Und das möchte ich jetzt mal wieder speichern. Da kann ich natürlich erstmal sagen speichern. Dann speichert er das Ganze. Ich könnte es in OneDrive speichern. Das ist der Speicher, der automatisch zu diesem Konto in einer Cloud mit dazu kommt. Schöner ist aber wahrscheinlich, geht auf die Dateien App. Und dort jetzt könnt ihr wieder iSurf auswählen. Das wäre zu empfehlen. Das habe ich ja eben schon mal erklärt. Dokuments habe ich aber auch schon erklärt. Also ich nehme jetzt mal wieder iSurf einfach und sage, ich nehme wieder den Ordner Files, also meine eigenen Dokumente und mache Bewegen. Und jetzt müsste es einfach dort gespeichert sein. Wir gucken gleich mal nach, denn ich wundere mich auch manchmal, wo die Daten hinkommen. Ich klicke auf Dateien. Auf eigene bin ich schon. Und jetzt sehen wir dort Dokument.docs. Also diese mit X hinten sind immer die neuesten von Windows. PPT ist PowerPoint Presentation. Doc ist Document. Dagegen Pages und Numbers. Die heißen auch immer am Ende so. Also das da haben wir gerade erzeugt. Ich könnte das jetzt wieder anklicken und dann öffnet sich das und da ist es. Das ist der Titel. Hat alles funktioniert. Ja, vielleicht noch was Kleines dazu zeigen. Euer Lehrer möchte vielleicht dieses Word-Dokument gleich als PDF haben. Dann könnten wir, jetzt bin ich nicht ganz sicher, wie sie es hier wollen bei der App, freigeben. Nee, es sollte schon hier sein. Wir machen mal Kopie senden. Und Format genau. Jetzt kann ich sagen, das Format ist PDF zum Beispiel. Outlog nutzen wir gar nicht. Wir nehmen eine andere App zum Senden. Und jetzt könnt ihr eurem Lehrer das zum Beispiel per AirDrop zuschicken. Oder haben wir noch was Schönes? Na gut, ich glaube AirDrop ist das leichteste. Sonst, wenn es per E-Mail sein soll, dann würde ich es so machen wie eben und per iSurf schicken. So, ich schließe mal wieder ein bisschen. So viel haben wir schon wieder gemacht. Dann kommen wir zu Excel, dem schönsten aller Programme. Erste Schritte, nicht jetzt. Dokument erstellen und bearbeiten. Wunderbar. Und hier mache ich jetzt mal eine leere. Na ja, jetzt muss ich überlegen. Wenn ich eine leere Arbeitsmappe mache. Na doch. Dann muss ich eben wieder im Nachhinein einstellen, wo ich sie speichern möchte. Also entweder sage ich gleich, wo speichere ich. Und dann kann ich einfach arbeiten. Oder ich muss am Ende dran denken, wo möchte ich das Ding denn eigentlich speichern. So, dann klicken wir mal hier rein. Da möchte ich eine 1 schreiben. Da möchte ich eine 2 schreiben. Da möchte ich eine 3 schreiben. Jetzt markiere ich das Ganze. Und ausfüllen. Jetzt überlege ich, wie das bei der App funktioniert. Automatisches Ausfüllen. So wahrscheinlich. Ausfüllen. Ne. Also es gibt bei Excel nämlich einige Tricks, die man da gut nehmen kann. Die einem sehr die Arbeit sparen. Wie ihr vielleicht schon erraten habt. Ich wollte eigentlich gerade, dass das automatisch hier fortgesetzt wird. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie das am Tablet geht. Also mit Excel kenne ich mich ganz gut aus. Aber ich verwende das eher am Computer. Da könnt ihr aber mal ein bisschen umprobieren. Auf jeden Fall kann man sehr schön gestalten. Ich könnte jetzt erstmal die Schrift netter machen. Und das Ganze noch schön Farbe ausfüllen. Okay, wird gerade nicht so schön. Dicker Rahmen setzen. Korsiv machen. Und dann kann ich eben alles so machen, wie ich das gerne möchte. Ja, ich kann auch reinzoomen. Das ist hier ganz nett. Kann man gut mit arbeiten. Und vor allem, ich habe eben gut die Formeln dabei. Also ich könnte jetzt hier was ordentliches arbeiten. Im zweiten Beispiel kann ich sagen, wenn ist leer. Gibt es das schon? Ja. Wenn ist leer. Das fällt oben drüber. Also wenn dort in dem Feld nichts steht. Jetzt soll er mir aber noch nicht. So. Ich möchte noch rein. sagen. Wenn das Feld A3 leer ist. Dann soll mir das Programm. Ich brauche das Semikolon. Das ist gerade echt Quatsch, was ich hier mache. Eure Zeit verplempern. Aber ich wollte nur mal zeigen, was man so mit Excel machen kann. Wenn das Feld leer ist, dann soll er mir sagen. In Anführungsstrichen. Jetzt ist die Frage, was sind die richtigen Anführungsstriche. Also ihr seht, ist Excel hier empfehlenswert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt bin ich gespannt. Gibt es hier keine normalen? Wie macht man denn auf einem normalen Tablet? Anführungsstriche unten. Bin ich glaube ich zu blöd, die zu finden. Das sind die Anführungsstriche oben. Ich kann mal gucken, ob das geht. Na, ich fürchte nicht. Also, ich will eigentlich, dass er guckt, ob das leer ist. Dann soll er Ja schreiben und ansonsten 12. So, das ist ja nicht leer. Deswegen schreibt er mir eine 12 hin. Jetzt ist es aber leer. Ja, und dann versteht er nicht, was ich meine. Weil dieses Ja, Ja, Quatsch ist. Das muss doch bei einer Tastatur. So, ihr könnt auch mit dem Finger so dazwischen gehen. Das funktioniert ja alles gut. Da bin ich ja durchaus mit zufrieden. Aber dass ich hier nicht normal schön an Anführungszeichen komme, gerade bei dem Programm, ist schon ein bisschen ungünstig, würde ich mir behaupten. Jetzt sehen die besser aus. Das sind, glaube ich, die selben, die ich eben hatte. Ich wüsste aber auch nicht, wie mache ich denn normalerweise Anführungszeichen? Zwei mit. Hm. Naja. Also, man kann mit Excel schon viel machen. Aber man muss halt immer gucken, wie es geht. Machen wir es mal so. Ja. Er soll mir, was soll er machen? Er soll gucken, ob die Zeile A3 leer ist. Wenn sie leer ist, dann soll er 33 schreiben und sonst 12. Warum auch immer er das machen sollte, darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Ihr solltet nur sehen, mit Excel kann ich durchaus komplexe, das ist schon eine Art komplexe Formel, komplexe Sachen machen. Dazu mache ich sicherlich auch mal eine Anleitung. Aber letztendlich kann Excel alles. Also, ich kann jedes Problem nehmen, jedenfalls im Rahmen schulischer Probleme und mit Excel gut lösen. So, aber das war sicherlich schon zu lang zu Excel. Kommen wir mal zu PowerPoint. Damit kann ich schöne Präsentationen erstellen. Jetzt nicht. Bearbeiten. Und das machen wir auch mal direkt. Wir wollen so eine hier mit Grün machen. Irgendwas über Bäume. Und der Titel ist Hallo Bäume. So, wunderschön. Dann kann ich hier eine neue Folie hinzufügen. Und da kann ich dann irgendwas über die Bäume erklären. Ich kann die Bildschirmpräsentation direkt hier starten. Ja, von Anfang an. Kann ich die dann also auch halten auf meinem Tablet, wenn ich einen Vortrag in der Schule mache oder so. Alles ganz entspannt. So, die will ich jetzt natürlich gerne wieder auf iSurf speichern. Das mache ich also mal direkt. Damit könnte auch mein Lehrer zum Beispiel von vorne das machen. Das heißt, ich stelle mir das gerade so vor. Die Lehrerin sitzt dort und sagt, halte bitte deinen Vortrag. Alles klar, du hast es mir zugeschickt. Ich starte es. Du kommst nach vorne und kannst es machen, wenn man sein eigenes Gerät zum Beispiel nicht mit hat. So, wir gehen auf die Dateien App. Dort auf iSurf. Ich mache es mal wieder bei Gruppen. Stammgruppe Afrika 3. Bewegen. Und das war's. Ja, ich denke durchaus entspannt. iSurf. Und er verbindet. Und ich gehe auf Module. Auf Dateien. Auf Gruppen. Ich habe es in Stammgruppe Afrika 3 gespeichert. Und hier müsste es jetzt irgendwo sein. Da ist es. Präsentation. Ich habe es ja nicht umbenannt. Klicke ich an. Und da ist meine Präsentation zum Thema Hallo Bäume. Sieht so natürlich nicht schön aus. Ich müsste sie jetzt wieder hier senden an PowerPoint. Dann wird sie auch in PowerPoint geöffnet. Wichtig. Ich habe sie jetzt ja an iSurf geschickt. Von iSurf zurückgeholt. Deswegen ist hier der Hinweis. Nur lesen. Sie können die Datei aktuell nicht ändern. Also die ist kopiergeschützt. Ich könnte jetzt aber wieder davon eine Kopie speichern und die Kopie bearbeiten. Das ist jetzt aber Quatsch. Denn die Datei habe ich ja gerade erst selber erstellt. Referentenansicht ist immer mal noch ganz nett. Da kann man sich nämlich Notizen dazu machen und die nebenan schreiben. Da muss man aber gucken, wie gut funktioniert das zu senden. Also werde ich das Ganze per Bildschirmübertragung am Fernseher zeigen. Dann wäre es blöd, wenn meine Notizen daneben stehen. Da muss man sich vorher mal mit seinem Fernseher beschäftigen, ob man das nutzen will. Aber dann ist es natürlich ganz cool. Dann kann man auf sein Tablet gucken, hat hier so seine Präsentation und nebenbei die Notizen. Aber ansonsten gilt halt mal auch ein bisschen was auswendig lernen. So, damit haben wir die wichtigsten Apps geschafft und ihr den größten Teil des Videos. Ich schaffe das auch sehr schön mit den anderthalb Stunden. Wie versprochen. Denn zu den nächsten Apps brauche ich immer nur ein Minütchen. Denn wie erwähnt, die gehen vielleicht wieder weg. Aber schlau Kopf wahrscheinlich nicht. Das ist nämlich die wichtigste der unwichtigsten Apps. Da können wir zunächst bei Schulart einstellen. Ja, wir nehmen mal Gesamtschule. Ich würde mal als Beispiel sagen Klasse 8. Und dann fragt er uns immer nach Fremdsprache. Ja, Englisch ist erstmal gut. Französisch könnten wir auch noch anmachen. Und jetzt, das war es schon. Wir müssen nichts anmelden. Jetzt gehen wir auf Quiz. Das sind richtig viele Fragen, wie ihr seht. Zum Beispiel allein zu Mathe 1970. Das ist also genug zu tun für jeden, der möchte. Beim ersten Mal auswählen dauert es aber eine Weile, bis sie geladen werden. Ich nehme daher das kleinste Thema hier binomische Formeln. Und das ging jetzt doch ganz gut mit Laden. Waren ja nur 50. Welche binomische Formel ist a plus b zum Quadrat? Das ist natürlich die erste. Und dann kommt als nächste Frage, wenn ich hier weitergeklickt habe, a plus b zum Quadrat. Das ist eine binomische Formel. Das sage ich zum Beispiel richtig und ich freue mich. Und da kommt noch eine kleine Erklärung. Und jetzt kommt hier eine Formel. Da sollen wir sagen a Quadrat plus 6 a plus 9. Und wir denken fälschlicherweise, es könnte das sein. Oh je, war leider falsch. Macht nichts. Und dann macht man einfach weiter. Also eine nette kleine Lern-App mit einfach wirklich jedem Thema. Finde ich daher ganz schön. Dann haben wir mBlock Blocky. Ich mache gleich mal leiser. Aber jedes Mal, wenn ich die App sehe, tut es mir schon leicht in den Ohren weh. Denn da kann man schlecht einstellen, dass sie leise ist. Okay, Bluetooth. Was können wir da machen? Wir können ein Lernprogramm verwenden für die M-Bots. Die M-Bots sind diese niedlichen kleinen Roboter. Die haben wir im Forscherraum. Er trefft sie aber auch im Informatikunterricht in Klasse 6 und 8. So, und der lustige Herr Panda will uns hier erklären, wie die M-Bots funktionieren. Und dann müssen wir unseren M-Bot anschalten. Auf Verbinden klicken. Ich habe jetzt natürlich keinen da. Und dann können wir ihn damit steuern. Außerdem können wir eigenen Code erstellen. So, ich verbinde es mal später. Wir könnten zum Beispiel sagen, wenn auf Start geklickt wird, soll der M-Bot vorwärts fahren für zwei Sekunden. Und dann kann man das schön mit Informatik bauen. Ich könnte jetzt sowas machen wie, falls ein Hindernis voraus ist, dann biege rechts ab und sonst fahre weiter geradeaus oder sowas. Also nette kleine Informatiksoftware. Genauso auch wie Playgrounds daneben. Das ist eine Apple-Variante. Wir sehen hier verschiedene Lernprogramme, die man sich dort laden kann. Gut sind die zum Programmieren lernen. Da sehen wir immer diese kleinen Aliens und die müssen wir durch verschiedene Levels steuern. Zum Beispiel mit hier kann man das eventuell erkennen, ohne dass ich es jetzt lade. Gehe drei Schritte nach vorne, biege rechts ab. Wenn ein Diamant über dir ist, dann springen und so weiter und so fort. Kann man da also ganz gut machen. Ja, dann haben wir als nächstes DIC-CC. Das ist ein Übersetzungsprogramm. Als Fremdsprache wähle ich mal Deutsch-Englisch. Man könnte es herunterladen, aber die Frage ist wozu. Nimmt uns nur Wortschatz weg. Wir verwenden das Ganze online. Und können jetzt zum Beispiel suchen, was heißt denn eigentlich Kanzlerin? Und gebe ich Kanzlerin ein? Da kommt Chancellor. Ja, alles klar. So kennt man das erstmal. Nett ist aber, wenn ich irgendwas Schwieriges eingebe. Zum Beispiel Trunk. Das englische Wort Trunk. Und das Schöne ist, nehmt deswegen wirklich nicht den Google-Übersetzer. Der Google-Übersetzer spuckt immer ein Wort aus. Jetzt schauen wir uns aber mal Trunk an. Trunk heißt zum Beispiel Gepäckraum, Kofferraum. Okay. Baumstamm, Rüssel, Stamm, Leib, Anschlusskabel, Truhe, Schrankkoffer und so weiter. Also Trunk kann im Englischen irgendwie gefühlt alles heißen. Hauptentwicklungszweig ist auch sehr schön. Also von daher, ich weiß noch von meinem Englischlehrer, es heißt auch Damenhandtasche. Aber das sehe ich jetzt hier nicht. Ja, also von daher gute Alternative zum normalen Wörterbuch. Besser definitiv als sowas wie der Google-Übersetzer. Daneben haben wir Quizlet. Das braucht ihr nur, wenn eure Lehrer das verwenden. Vielleicht für gerade die Fremdsprachenlehrer nehmen das gerne, um damit die Vokabeln zu lernen. Da muss man sich anmelden. Man hat dann einen Account und dort kriegt man die aktuellen Vokabeln zugeschoben und kann dann auch seine Lernfortschritte sehen und so weiter. Das ist durchaus nett. Ja, als nächstes Unsere Welt. Unsere Welt ist eine Geografie-App. Da kann man wirklich... Ja, ich mache mal nicht die ganze Welt. Wir fangen mal klein an. Europa zum Beispiel kann ich ein Training machen. Der Top 12 Länder. Leider ist nicht alles freigeschaltet. Und dann, wo ist die Türkei? Alles klar. Oder wo ist Schweden? Ah, das war Norwegen. Kein Punkt. Das wird dann hier oben wieder abgezogen. Italien. Und ich kann, das ist hier ganz nett, ranzoomen, mir das Land schöner anschauen. Übrigens, kleiner Tipp, diese beiden Punkte vorsichtig beim Klicken. Das sind nämlich auch eigene Länder. So, also soviel zu der App, die ja, glaube ich, ganz schön ist. Damit kommen wir zu den nächsten sechs Apps. Die sind durchaus nicht wichtig. Es könnte sein, wenn ihr euer Tablet habt, dass die schon gar nicht mehr drauf sind. Ich sage trotzdem kurz ein oder zwei Sätze zu jeder. Es kann nämlich genauso gut auch sein, dass hier noch sechs andere Apps stehen. Das sind jetzt einfach die, wo unsere Schule noch schauen wird, was ist wichtig. Wir haben zunächst die App Daten. Das habt ihr heute schon ein paar Mal gehört. Das ist die, die die Daten verteilt. Aber da wir sowieso Dokuments haben, wo man PDFs bearbeiten kann und iSurf auch für Daten verwenden, ist es nicht wirklich notwendig. Als nächstes SimpleMind. SimpleMind, wie man hier schon sieht. Schon wieder Anmeldeinformation. Weiß ich nicht, was man möchte. Nein, danke. So, bei SimpleMind kann man Mindmaps machen. Und dann mache ich doch einfach mal eine neue auf das Plus zum Thema Hallo. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und jetzt kann man, genau wie man das auch in echt kennt. Oh, jetzt habe ich es kleiner gemacht. So, kann man beliebig damit rumspielen. Hier auf Plus zum Beispiel. So ein Pfad erzeugen. Also das könnt ihr... Ich mache die immer gleich so klein. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen mit testen. Ja, was passiert, wenn ich hier draufklicke? Ah, Layout kann man da ein bisschen basteln. Wunderbar. Also wer das gerne macht, macht das. Wer es lieber per Hand macht, macht es halt per Hand. Worksheet Go ist eine App, die einige Lehrerinnen an unserer Schule sehr gerne verwenden. Hier zum Beispiel habe ich jetzt Rechnen im Zahlenraum bis 100 bekommen. Das ist sehr anschaulich gemacht. Das sind Blätter, also hier Aufgaben, die tatsächlich so von Personen vor Ort erzeugt werden. Das heißt, die machen so eine Art Wirt-Arbeitsblätter und man kann das dann hier schön verwenden. Zum Beispiel hier. 4 plus 12 ist 16. Dann ziehe ich so meine ganzen Lösungen rein, wo ich denke, ja, kann schon sein. So vielleicht. Dann soll man es kontrollieren. Alles klar. Und tja, leider nicht so viel richtig. Und die falschen werden dann rausgeschmissen. Dann kann man das entsprechend nochmal machen. Das ist jetzt ein leichtes Beispiel. Rechnen im Zahlenraum bis 100. Aber das kann man natürlich beliebig anpassen. Dann haben wir Padlet. Padlet ist ein, ja, da muss man sich nicht anmelden. Man kann auch als Gast weitermachen. Dazu scannt man den QR-Code oder man gibt die Adresse ein von jemandem, der eben ein Padlet hat. Und dann kommt man auf eine Art Website, die man zusammen gestalten kann. Hier sieht man das ganz schön im Hintergrund mit diesen Kindern. Das heißt, wir haben einfach eine Seite. Da kann ich Videos, Texte, Bilder, sonstiges einfügen. Ich kann zusammen an Aufgaben arbeiten. Ja. Aber wenn es von eurer Klasse genutzt wird, werdet ihr das schon noch genauer hören. So, dann haben wir das Notebook. Das Notebook ist eine Möglichkeit, sich Notizen zu machen. Ist eine kostenlose App, die ein bisschen lädt, die dafür auch nicht so wirklich ästhetisch die allerschönste ist. Ich könnte jetzt eben mit einem Stift, also wenn ich einen Stylus-Pen habe, hier mir meine Notizen machen. Ist keine allzu große Seite, aber dafür kann man sich immer wieder ein neues Blatt hinzufügen. Ja, also es funktioniert, sagen wir es so. Wie gehe ich dann mit dem Ganzen weiter um? Ich kann das hier wieder teilen. Und das per E-Mail senden funktioniert nicht. Ich kann aber auf Datei speichern gehen. Wobei, ich glaube, hier kann ich nur einen Namen eingeben. Test 27 B. So, jetzt heißt die Datei erstmal so. Aber ich wollte das Ganze eigentlich... Genau, ich könnte es immerhin auf iCloud hochladen. Ja, kann ich mal machen. Und es lädt, fertig. Tja, funktioniert. Aber komme ich dann so gut ran? Mal gucken. Gehen wir doch mal in unseren Dateienordner und Speicherorte iCloud Drive. Und da sehen wir es schon. Da ist der Notebook-Ordner. Und hier ist diese Datei. Allerdings als Datei Notebook. Was auch nicht das Allerschönste ist, denn die lässt sich dann wieder nur mit Notebook öffnen. Also ihr merkt schon, das ist jetzt nicht meine allerliebste App, aber immerhin kostenlos. Und man kann da mit Notizen machen. Dann haben wir noch GoodNotes. Aber bei euch wahrscheinlich auch schon nicht mehr. Denn wie ihr hier seht am Hinweis... Wo ist er? Ja genau, GoodNotes 5 ist nämlich erhältlich. Und die lassen sich aber nicht mehr updaten. Eigentlich kommt hier immer ein Hinweis, wenn man die öffnet. Ich mache es nochmal. Das ist er aber nicht, den ich meine. Das kostenlose Update, das dort steht, gibt es leider nicht mehr. Ja, drauf kommt nichts. Ja, also das wird es nicht mehr lange geben. Ich glaube, im Januar oder so wird der Support eingestellt. Aber man kann grundlegend, wie ihr das hier seht, mit Mathe, damit echt schöne Notizbücher machen. Kann sich Papier, Formen, alles aussuchen. Habe ich jetzt auf Abbrechen geklickt. Wahrscheinlich, ne? Also nochmal, Mathe und erstellen. So, da ist es. Und ja, dann kann ich hier natürlich noch schön draufschreiben. Mathe, wie ich das so gestalten möchte. Habe hier eine Übersicht und kann das eben wirklich prima machen. Ja, ich kann dann auch Formen einbauen. So, die werden auch automatisch erkannt. Das ist schon alles nicht schlecht. Und ist vielleicht eine nette Alternative, um sich Notizen zu machen. Aber da sei noch mal gesagt, die sechs Apps sind nur der Bonus. Die sind dann vielleicht gar nicht mehr da. Wichtig ist, dass ihr euch mit den Haupt-Apps im Dock auskennt. Mit den wichtigen Apps, mit den wichtigsten Apps und den wichtigen Apps. Und alles, was dann da drunter ist, erst mal sehen, ob man das langfristig braucht. So, das war unser durchaus langer Durchgang durch das iPad. Man kann dieses Video in einem Block fast schaffen. Muss man nur ein bisschen in die Pause ziehen. Ich hoffe aber, ihr habt euch das gut durchgehalten und das geschaut. Dann wisst ihr jetzt nämlich wirklich alles, was man darüber können muss. Und müsst nicht immer eure Lehrerinnen und Lehrer dazu fragen. Wie geht das Ganze aus? Wenn ich einmal klicke und wieder an. Das war dann nur dieser Standby-Modus. Aus geht es, indem ich den Anschalter lange gedrückt lasse. Ich mache das einmal. Und dann ausschalten, switche. Damit sind wir fertig mit diesem Erklärvideo. Ich hoffe, ihr habt es soweit gut verstanden. Und ja, noch einen schönen Tag. Mehrläufe.